jo meine lieben leute ich bin's wieder mal fahrer hertgold rené kerschbommer mit meinem youtube kanal und ich bin auf instagram und ich bin auch auf twitter nutze nur diese drei plattformen und schon bin ich leise dass ihr dieses video auf meinen kanälen genießen könnt auf meine plattform und ich und und ich ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020